Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Dieser Satz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird vielen von Ihnen sehr vertraut sein. Wir beten ihn in jeder heiligen Messe. Seinen Ursprung hat dieser Satz im heutigen Evangelium. Als Jesus nach Grafana umkam, kam ein Hauptmann auf ihn zu und sagte zu ihm, Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Auch wenn der Hauptmann, der ein Heide, also eigentlich ein Ungläubiger war, Jesus nicht direkt um die Heilung bittet, hört Jesus die Bitte um Heilung des Dieners, die hinter dem Satz des Hauptmanns steckt. Jesus zögert nicht und sagt zu, in das Haus des Hauptmanns zu kommen, um den Diener zu heilen. Dem Hauptmann ist es unangenehm, dieses Angebot anzunehmen. Jesus will zu ihm, einem Heiden, kommen? So antwortet er, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach einkehrst, aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Und er fügt hinzu, dass auch er selbst Befehlen gehorchen muss. Er, der große Hauptmann, der Soldaten und Diener unter sich hat, die ihm gehorchen müssen. Ich verstehe diese Sätze so, dass sich der Hauptmann einerseits vor Jesus klein macht und dessen Größe und Macht anerkennt. Er vertraut darauf, dass Jesus seinen Diener heilen kann und dies auch tun wird. Um das zu tun, muss Jesus noch nicht einmal in das Haus des Hauptmanns kommen. Allein das Wort Jesu reicht. Andererseits macht der Hauptmann deutlich, dass auch er selbst Macht über Menschen hat, die auf sein Wort hören. Jesus zeigt sich beeindruckt vom Glauben des Hauptmanns, sodass er zu den Menschen, die ihm nachfolgen, sagt, einen solchen Glauben habe ich in Israel bei noch niemandem gefunden. Jesus heilt die Schwiegermutter des Petrus durch Handauflegung und durch sein Wort treibt er Geister aus und heilt alle Kranken. Die Begründung für dieses Handeln Jesu wird direkt mitgeliefert, damit sich die Prophezeiung des Propheten Jesaja erfüllt. Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Diese biblische Erzählung ist 2000 Jahre alt und doch in mehrfacher Hinsicht aktuell. Erstens, Gottvertrauen hat heilende, lindernde oder entlastende Wirkung beim Umgang mit Krankheiten und auch mit anderen Sorgen und Problemen. Das erlebe ich zum Beispiel auch immer wieder bei seelsorglichen Gesprächen im Krankenhaus. Zweitens, Glauben drückt sich nicht primär dadurch aus, dass ich vermeintlich alles über Gott weiß, die Lehre der katholischen Kirchen kenne und die Sonntagspflicht erfülle. Mein Glaube wird daran deutlich, dass ich auf Gott und sein Wirken vertrauen kann, ihm in meinem Herzen und meinem alltäglichen Leben Raum gebe und diese Haltung mein Handeln bestimmt. Mir das immer wieder bewusst zu machen und dementsprechend zu handeln, ist eine Herausforderung und Lebensaufgabe. Ich wünsche Ihnen immer wieder die Erfahrung, dass Gottvertrauen nicht naiv, sondern wohltuend ist. Ihre und eure Gemeindereferentin Martina Niedermeier versucht Ihr andere Menschen von Ihnen inicium zu sagen, damit Sie sich nicht mehr und ich mich selber ohne treffend aufleidet? Vielen Dank.